Yoshi ist der Wurst aus hier Naja oder Peach eins Yoshi steht auch dran Naja Yoshi hat was anderes als Peach Das heißt steht nur Yoshi dran Jaaa Geh weg Toad Yoshi ramm Yoshi du brauchst mich nicht ramm Es hilft kein Meter Kein Meter? Hahahaha Gut gemacht Du hast ja dich nicht gekriegt Für Moink hat er gesagt Nein Du Arsch Schockst du mich? Das wäre fast ein totaler Fehler weil ich finde ich gewesen Es geht ab Uuuuh Hey Donkey Ja Yoshi überholt auch noch Wobei du die ganze Zeit gerade fest bist ne Aber Nö Yoshi überholt dich einfach Bye Pilze Schon wieder Jetzt kommt auch Mario nochmal an Ich glaube das Rückenwindgeräusch Wuuuuh Ohhhh Mies Aktion Mies Aktion Mies Aktion Ohhhh Ohhhh Dau creat duele Das ist der erste Ist das dein Ernst Fette qualle Ja Der kann nicht weit voraus sein das dinges Ist doch wieder aufgetaucht Ja Naja Oiii Oh, yo! Uuuuuhuhohohoho! Idiot! Komm, 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 komm! Fünfter, sechster... Ha, Mami! Tschüss, Peach! Woho! Du musst ja eigentlich fliegen jetzt! Ja. Normalerweise müssten sie eigentlich da sein. Wie kriegt's? Aber er kriegt sie auch nicht mal auf dem Bild, ne? Fuck. Diesmal nicht. Oder auch Stump. Ja, ein Scher! Ab durchstüben. Hey! Wir haben's damit grad eigentlich, ne? Ja. Wo ist der? Ah. Easy go! Ich hab' ihn. Sobald er auf Queerfeld einfährt, ist das auch kein Wunder, ne? Oh, ja, danke! Nächster, der mir meine Sachen klaut. Oh. Ein Hobby oder so? BAM! Ich hab' schon wieder keine Punkte. Ach, ja. Oh, ich krieg' nur Pilze, ne? Irgendwie ja. Irgendwie hast du gerade die Pilze-Power-Anergie. Nee. Er verkörfelt einen hier. Bosa ist in seine eigenen Bananenstelle reingefahren, die er geworfen hat. So ein Idiot. Ich behalte das jetzt erstmal noch. Mario, wo kommst du denn her? Oh, da kommt der nächste mit dem Stern. Ey, was ist denn jetzt schon wieder los? Wieso? Schon wieder Pilze! Weiß ich nicht. Vorsicht, da liegt ne Bananenstelle auf der Stelle, wo du langfährst. Ja. Tschüss, Mario. Oh, da ist ja ne eine. Ja, das ist ne eine. Wow, Vater, Mann! Nö. Ich werd's weiter, fuck. Nur wegen dieses scheiß Kolben gerade. Ich will da hoch! Ich bin der Bergboy! Weiter. Was geht ab, Mario? Was geht ab, Mario? Was geht ab, Mario? Du bist so geändert, ne? Haha, Bergboy hat euch geschlagen. Ja, du gehst noch ein paar Punkte. Bergkorilla? Oder jetzt, oder was? Ja! Berggorilla! Ähm, Baumgorilla, sondern Berggorilla? Oder wie? Mhm. Wie der Zweiter? Oder wegen dieser scheiß Kolbe eben. Ja, was soll ich denn sagen? Wow, ich hab's mal dritter geschafft, hab mal drei Punkte geholt. Und immer noch vierter. Aber jetzt kommt Bowser's Schloss. Oh. Müsste Zweiter werden und Yoshi fiert. Das ist ne gute Idee. Oder er ist zerreicht. Find ich auch so ne schöne Option. Oh, ich hab Fetty vor mir. Oh, jetzt Fetty geht das doch gut. Wenn du Fetty vor dir hast. Fack. 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 Wie ist denn das? Das war jetzt n schlechter Start. Soll ich denn sagen? Ich hab ja gleich schon wieder ne Einhol-Action von allen. Wollst du denn sagen, du bist kein nicht aufgendem Platz dauerer? Ah, kommt noch. Hab ja wieder nichts bekommen. Na, ähm. Was sollte denn Mario so komisch? Mario? Weil der erste ist jetzt gut. Wenn man da auf dem ersten dann leuchtet. Wow ich hab die beiden überholt. Weil die Platz gemacht worden. Achste das, wer will... PIEACH! Wer kommt auf die Idee durch so'n Schoss zu fliegen? Warte nicht. Aua. So'n hessige Bilder. Hä? Kannst du mal bitte? Jetzt hab ich keinen Sound mehr. Also nicht. Oh tschüss. Mit so'n hessigen, richtig scharfen Korven, ne? Mhm. Ich hab ja nix gefunden. Achter! Hey ich war ich zweiter und mit einmal war ich dritter. Oh. Oh ja, danke. Ich hasse die Strecke, ne? Ja, hab ich mir halt auch gesagt. Musst du mir nicht immer alles nachklappern? Ja, ja, ja. Denkst du mal ordentlich? Ne. Ach was ist das? Was ist denn mit der Lenkung mit einmal? Und schon wieder nix super. Oh ne, jetzt kann ich besser fliegen. Mit Zauberstein hast du'n richtig gut mit einmal, ne? Ach schade, ich würde euch schütteln. Warum ist Peach so weit vorne? Ist mit ihr denn falsch auf einmal? Ja, nächster, sicher. Ich hab den Stein zerstritten. Ich hab das gesehen. Ne, hab ich nicht drauf geachtet. Oh. Oh ja. Er hat doch gesehen, wo der klappt. Kleinketten. Aber fährt direkt dagegen. Nein. Boah. Bleib oben, bleib oben, bleib oben. Ich hatte ganz... Level. Irgendwie schwimmt meine Sperre um den Tag vor uns. Hast du auch das Problem gehabt? Bah. Okay. Wie? Ehh. Ich bin das generell. Dadurch wunderschön hinterher. Häh? Wieso zifft ihr denn mit einmal? Du bist dritter. Ja, nein. War ich vorher auch schon und der hat mich nicht getaugen. Warum wenn ich bei dir auch schon war? Wie behindert ist das denn? Ja, ich will ja nichts bekommen. Okay, Bruder. Oh, Lex. Alter Schwede. Keine Ahnung, ich habe totale Lex gerade. Ich habe totale Lex Centos. Ich bin gleich wieder da, warte mal ganz kurz. Und der hat auch einen Ping so hoch. Oh mein Gott. Wir haben beide gerade so extrem over Pings. Und der hat auch einen Ping so hoch. Oh mein Gott. Ich warte noch kurz im Moment. Mal gucken. Haben Sie bitte einen Moment geduld. Keine Ahnung, was hier gerade los ist. Wem redest du? Hä? Wem redest du? Mit dir nicht. Mit der Aufnahme. Meine Verbindung hat auch ungesponnen gerade mit einmal. Du hattest gerade übelst, du hast gerade 450er Ping. Ja. Ja. Meine Verbindung war mit einmal ganz tief im Kelle. Ja, meine auch. Von mir aus können wir wieder. Ja, wenn ich als Start drücke, rambe ich da voll gegen, okay? Ja. Ja. Boah ey. Wie kacke ist das denn gewesen? Instant. Ohhhh. Warum fahr ich denn dagegen jetzt? Mein Gott. Das hat mich jetzt voll aus dem Konzept geworfen. Na klar. Du bist noch dritter. Ja. Ich geh gerade in den Stein rein und dann nochmal unter dem Stein gelandet. Hm. Und? Heu. Oh, ho, 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 ho. Ich meine, alles trutscht das Boser ganz schön weit vorne jetzt. Oh. Ich kriege das Boser. Nein. Feindlinge so, ne? Na gut, ich bleib hinten. Ich bleib achter oder so. Gut, mich kann keiner vom Zimmer holen. Hoi. Dritter. Was gibt's? Drei Punkte nur, ne? Ne. Drei, ja. Fuck. Scheiß. Leck, ey. Wie kommt das? Du sagst, rotzleck, ne? Peach ist erster geworden. Ey, noch sechster, wuuuh. Sechs Peach kriegt neun. Ich weiß gar nicht, wo Peach angee war. Ich glaub, die war vorher nicht aufgelistet. Oder war die zweite? Ne, glaub ich nicht. Ich glaub, das war Bowser der Zweiter war. Na, Bowser war erster. So? Nein, ich war erster. Ja? Ja. Und irgendwann hatte er 15, ne? Bowser hatte 15, 21. Ich hab gewonnen. Ich hab's noch geschafft. Hoffen wir erst hinzukommen. Peach war gar nicht gelistet, lol. Nee. Peach war nicht gelistet. Jetzt hast du denn noch irgendwie fünften oder mich auf jeden Fall eingeholt, die alte? Ja, ja. Die alte Preach, die... Erster. Sowieso ne Scheißstrecke, ey. Was war das mit einmal? Keine Ahnung, ich stehe mir, dass irgendwo das Gewitter grad voll losgeht. Ich hab im TSK noch einen Punkt gehabt. Ja, ich hab im TSK auch einen Punkt. So versteh ich dich? Keine Ahnung, das funktioniert immer. Ja, aber wenn bei mir ein Punkt nur ist, dann versteht man mich gar nicht mehr. Ich hab einen Punkt und einen Strich. Bei mir rastet das dann voll aus, dann versteht man mich überhaupt nicht mehr. Ich bin, äh, erster. Nur wegen einem Monster-Lag. Hä? Hä? Kommt doch nochmal hin. Das hat mich vor aus dem Konzept gebaut, dass wir uns weiter reingekommen. Hier. Dem, dem, Gold-Pokal. Jetzt haben wir hier Gold, sind wir auf Gold. Dann müssen wir auf jeden Fall ein zweiter Einer werden. Ja. Jetzt kommen die beschissensten Level, die es gibt. Dann zerstören, Level! Waaaaaaaaaah! Ein Level, das ist voll easy. Na ja, ich heiße die Hunde. Oh, die Turbo-Strecke von Donkey Kong am Anfang. Ja. Ja. Du kannst aber immer darauf achten, wo die Langbahn gehen, die Hunde. Ja. Na gut, damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Mario Kart 64 mit dem Flash. Mit ZENTUS! Ciao, ciao, ihr Affen!